hallo hallo herzlich willkommen zum neuen fordner shop heute der hohen tag den 18 märz und wir gehen gleich mal rüber in den shop gucken mal starwars hat auf jeden fall den shop verlassen die haben die götter verlassen jetzt geht es erstmal los also tron legacies wieder da mit verschiedenen skins hier kann man sich aussuchen wie man haben will und dazu gibt es natürlich den gleiter habe ich aber auch schon lange nicht mehr gespielt das pack dazu gibt es natürlich auch mädels gibt es ja mit und ohne maske die habe ich mir ausgesucht dann ist immer noch mr beest da st patrick's day ist auch noch dabei die strandbominale ist auch noch da der der burger ist noch da die sind auch noch da solche jetzt was neues blutrote elite ist zurück nach muss ich mal schauen nach 67 tagen dann haben wir unseren busch ranger die ganz verschiedenen stilen erst nach 39 tagen zurück kennt glaube ich aber auch jeder hier winter herbst frühling sommer verschiedene stile dann haben wir hier kristall ist auch nach 57 tagen zurück salto tastisch nach 67 tagen und ist nach 39 tagen wieder zurück so dann aber rattenangriff ist auch noch dabei verser ist zurück nach 37 tagen dazu gibt es dann hier die spitzhacke und den gleiter als noch 37 tagen zurück dann haben wir die party die war nach 22 tagen wieder im shop der einsatz urlauber ist nach 37 tagen zurück da ist die neue burg von gestern noch lady gaga natürlich auch noch wie heißen die laternenfest ist auch immer noch dabei neue musikstücke gibt es heute nicht das auto ist noch da der lambo ist noch da und ist alles gleich geblieben schneller kurzer shop shop ja wir sehen uns dann wieder am dienstag mal hallo bis zum nächsten mal